Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge Jacket Alliance 3 und wir sind immer noch im Forr Leoblö. Leoblö? Heißt das Leoblö? Naja, jedenfalls sind wir in dem Forr. Wir haben hier, ich kann es mal zeigen, dass ihr euch orientieren könnt, dieses Forr hatten wir ja schon mal ganz am Anfang angegriffen, diesen Außenposten, aber wir hatten ja diese Gegenoffensive und da ist ja quasi die ganze Insel erobert worden. Ich hingegen habe diese Insel wieder zurückerobert, bis auf diesen Teil hier. Und das hier ist auch gar nicht so einfach und vor allen Dingen ist hier die Frau Korathon zu finden, die die uns eigentlich angeheuert hat, die aber eigentlich ein falsches Spiel mit Roger Rabbit spielt. Nun ja, wie auch immer, jetzt versuchen wir mal hier das Beste draus zu machen. Ein paar Leute von uns sind schon angeschlagen. So, Reaper. Er konnte leider nicht seine volle Stärke auskosten, weil er... Bereit für eine Krieg. Weil der gut gepanzert ist, der Typ da drüben. Okay, jetzt steht er natürlich da schön im... ...schön im... ...Kreuzfeier. Die zwei müssen wir irgendwie noch loswerden. Von hier aus könnte man, habe ich glaube gesehen, einen von beiden... ...angreifen. Kein Schmerz. Das ist fast tot, aber leider nicht ganz tot. Das ist natürlich schade. Das wäre nämlich Voraussetzung gewesen. Also, ich würde sagen, dass wir noch mal gucken. Das bringt nichts. Da. Auf jeden Fall möchte ich mal aus diesem Sperrfeuer da raus. Scope. Scope hat was mit der Lunge, die erstickt. Bei MD weiß ich jetzt auch nicht genau, MD könnte. Ich kann es nicht tun. Vielleicht sollte jemand besser als ich diesen Schuss nehmen. Ist super, ich bin da hingelaufen, weil ich dachte, ich hätte einen Typ, könnte ich da erwischen. Sonst wäre ich doch da gar nicht hin. Das wäre doch schlecht. Okay. Okay. Shadow. Kann sogar mal noch bekehlen, der kann den. Oder den, der auch schon fast tot ist. Dann machen wir doch lieber den. Sehr schön. Und dann haben wir noch Eis am Start. Der könnte sich ja mal den da vornehmen. Und das müsste jetzt auch an Visier klappen, oder? Nein. Und jetzt hat er zu wenig vor. Ernsthaft jetzt? Das ist doch scheiße. Na gut. Wer hat denn da gerade geschossen? Ich bin bereit. Reaper. Ich bin bereit, um, ähm, zu tun. Können wir aber verbinden. Dafür haben wir ja den Arzt. Das ist doch ein Verbrauch. Reaper selber kann keinen angreifen. Das reicht auch nicht. Doof. Gut, die sind beide da im Fadenkreuz, von dem wir die jetzt natürlich angreifen. Wird er sich wehren, aber ich muss es machen, weil es hilft ja nichts. Eben. Okay, da können wir gar nichts mehr. Dann. Shadow. Ich bin bereit. Bein, Entschuldigung? Scope. Scope. Kann da nicht auch nichts. Ich bin bevor. Ich weiß nicht, warum das liegt, dass man da jetzt da oben nicht hinschießen kann. Wahrscheinlich, weil er liegt, oder ich weiß es nicht. Also, warum er ihn da nicht trifft, meine ich. Aber es ist, wie es ist. Also, gehen wir hoch. Junge, pass auf, Blatt ist unterwegs. Auch Ivan würde ich jetzt mal tatsächlich da... In der Hoffnung, dass da geschossen wird, wenn der sich bewegt. Okay. Oh, am Ende stinkt. Mein darken Arbeit, muss ich weitergehen. Oh, shit. Da ist ein Anfänger über da. Ach, das war's schon. Okay. Oh, voll ins Gesicht geschossen. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Voll ins Gesicht geschossen. Und der lebt noch. Okay. Hoch. Junge. Fürchte dich. Der Baba Yaga ist da. Mit der großen Machete. Okay. Okay. Ach, der Königin von Leuten auch treffen, das ist ja schön. Probieren wir das doch gleich mal. Könnte sogar sein, dass es das jetzt war. Das ist Santiago. Habt ihr so schlecht gegangen? Ich wollte nicht glauben, die Informationen über dich zu glauben, aber jetzt sehe ich, wer du wirklich bist. Sehr gut. Wenn du jetzt wegst, werde ich um Geld zu haben, um Geld und Transport aus Granchen zu haben, für dich zu haben. Sei nicht schuldig, Mercenari. Geh das Geld. Okay. Im Untergrund. Und... Das scheint mir hier zu sein. Aber bevor wir in den Untergrund gehen, glaube ich, sollten wir mal hier die Leute behandeln, denn... Es ist jetzt einige Verletzte dabei. Und Gegenstände reparieren brauchen wir wahrscheinlich auch, denn im Regen geht das Zeug kaputt. Und das sieht schon ziemlich abgenutzt aus. Okay, war es das mit... Nee, war es noch nicht. Aber wir können doch mal reparieren, weil... Ja, war es noch nicht. All done here. Yeah, Bar... Ich zittكر... Um... Okay, das ist erledigt. Jetzt ist aber noch die Carlina ein bisschen angeschlagen. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie die ganze Zeit repariert hat. Wir könnten sie jetzt nochmal ausruhen lassen. Und in der Zwischenzeit könnten wir nochmal Magic ein bisschen reparieren lassen. Oder vielleicht, warte mal, ich soll eigentlich nur Magic, Berdy kann auch ein bisschen was. Carlina ruht sich aus und dann sind alle zufrieden. Genau, so. Ja dann. Quatsch. Ab in den Untergrund. Achso, hätten wir noch beim Sektorversteck schauen sollen. Was die uns Schönes hinterlassen haben. Nettes Maschinengewehr. Granaten. Der Berdy hat eh nicht so viele Granaten. Moment, zwei Stück. Handgranaten. Das gebe ich dem Berdy auch mal ins Inventar. Wo ist denn hier der Vorrat an Medizin? Verbandskasten. Granaten. So, aber kann ich das nicht einfach? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich dem Bravo-Team gebe. Wir landen im Inventar, oder? Also quasi da, da, wo ich es nicht haben möchte. Achso, scheiße. Was ist denn hier mit dem... Wieso stapelt denn der das nicht richtig? Er müsste sich eigentlich mal eine ganze Folge Zeit nehmen, nur hier ein bisschen auszusortieren. Aber wer hat diese Zeit schon? Da überlege ich jetzt gerade, ob das was für uns in Grizzly ist. Ich bin mit der Schrotflinte eh nicht ganz so zufrieden oder einverstanden. Der ist doch so ein Maschinengewehr-Spezialist. Ja, na gut. Also dann. Reine gute Stube. Mittlerweile weiß ich auch, wie man wieder Leute markiert. Hier einfach doppelklicken, dann ist die ganze Gruppe markiert. Ich glaube aber, da gab es früher noch... Oder ich hatte mal eine Tastaturkombi dafür, die ich vergessen habe. Glaub ich. Vielleicht habe ich es auch immer schon so gemacht. Ich weiß es nicht mehr. So. Dann hoffen wir mal, dass alle mit reingehen. Das ist ja hier öfter mal das Problem, dass da die Hälfte raus... draußen bleibt. Äh... Ja. Ich bin mir sicher. Ja. Stop! Nicht ein Schritt weiter. Ich werde dich schrauben. Und... Und... Und ich werde dich schrauben. Ich... Oh, wie freundlich. Okay, die sind alle schon direkt im Kampfmodus. Okay. So. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir... Den da direkt mal erschießen. Da ist ja irgendwie einer, da ist einer, aber... Vielleicht können wir den direkt mal erschießen, dann ist schon mal einer weniger. Was war mit... Der Prostata. Bereit, um... Was zu tun. Ich glaube. Da geht's. Okay. Ich gehe mal da hin. Koppel mich! Aber wahrscheinlich sind da welche. Zwei sogar. Okay. Dann... 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 Ja gut, Blood muss natürlich schnellstmöglichst nach vorne. Das macht ja keinen Sinn. Kalina könnte vielleicht von da hinten einen erwischen. So. Ja, natürlich nicht so, aber... Prinzipiell wäre das eine Idee. Scope. Scope könnte sogar einen erwischen. Schaut euch mal an. Sorry, Love. I don't think I can. Ja, von wegen. Okidops. Reaper. Bin ich... Naja gut, das ist nur Sichtlinie, aber nicht unbedingt, dass ich die auch... Wobei, doch, den kann ich treffen. Tatsächlich. Wahnsinn. Was das schafft. Alter! Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Du könntest auch schießen. Eieiei. Okay. Aber Sossi hat ja noch nie was gebracht. Eieiei hier. Im Gegensatz zu seinen... ...Kollegen, die ich hochschätze. Ach, der hat sich hingelegt. Wahrscheinlich hat er schnelle Reflexe gehabt. Okay, vielleicht ist ja Sossi auch völlig unschuldig, ne? Wir wollen ja nicht... Ja, man will nicht... ...unfair sein. Ready for a fight. Hast du nicht... Nee. Gut. Dann... Achso, und Shadow haben wir noch... ...den können wir auf heimlich stellen. Guck dir mal einfach mal, oder? Und Barry natürlich. Barry Junge. Und Zugende. Was? Was? Ach, komm, hör doch auf. Was für Schweinepriester. Ist das die Möglichkeit? Nein. Nein, 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 nein. Was machst du da? Du Depp. Ach, das ist doch scheiße, wie der... ...was ist mit dem? Ach, das ist doch jetzt Dreck, was da passiert ist. Ich glaube. Ja, wieso sieht der so viele Gegner? Ja, wieso sieht der so viele Gegner? Durch was? Durch... Das Ding ist doch zu. Gut, aber wenn jetzt die schon eh... Also ich meine, wenn die jetzt da... ...die Tür zu ist, dann können wir auch gucken. Vielleicht machen sie sie dir auf. Ich kann es nicht verabschieden, das ist ja durch die Tür. Was ist denn das für ein Schwachsinn? M.D. present. Was ist denn? Ach, ich mach das jetzt einfach mal. Vielleicht... Hat das ja irgendeins hier? Roger that. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die durch Türen schießen können oder was. Ich habe euch keine Ahnung, was da passiert. Ich habe es jetzt nicht verabschiedet. Ob die die Tür aufmachen oder... ...ob die sich hinter der Tür versammeln, so wie ich das auch schon hatte. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, was sie machen. Das ist natürlich noch besser. Ironie. Gut, glatt willst du mal durchgehen? Mal gucken. Ja. Du bist ja auch, denke ich, hast bloß nicht gemacht, oder? Kannst du dich hinlegen? Ja. Roger that. Na, danke für nichts. Nein, jetzt macht er schon wieder die Tür zu. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich kämpfe nicht gegen die Leute hier. Ich kämpfe gegen die Tür. Jetzt steht er da mittendrin. Kannst du dich wenigstens hinlegen. Auch nicht gar nichts. Wie können wir die Tür werden? Wie kann ich helfen? Oh, scheiße, ey. Kannst du den Blankkornat abfeuern? Oder Magic schießt ihn gleich ab Was natürlich noch besser ist Hm? Oh, yes Sup, player Hi Ready to, um, do stuff Moving, um, stat Beg pardon Righto, love, I'm moving Und er ist ja noch So, wollen wir nicht vielleicht mal den Stufenaufstieg machen Er ist ja noch Getarnt, oder? Ne, der hat ja schon geschossen, oder? Wie war das? Ich weiß es nicht mehr Jetzt er getarnt Und Reaper ist müde Ach, Reaper Also die Art und Weise, wie ihr hier agiert, das gefällt mir gar nicht Das kann ich euch jetzt schon sagen Ist nicht in Ordnung Was kosten das Maschinenquellenstellen? Drei Nein Jo Blood kommt einfach nicht weit genug, um hier irgendwas auszurichten Und hinlegen kann ich natürlich auch nicht mehr, wenn ich ganz vorne hinrenne. Das ist ja logisch. Naja, dann. Naja, dann. Naja, dann. Das ist das, was ich spreche. Hallo. Ja, mit Ivan weiß ich jetzt auch nicht. Ich... Ich bewege. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich gehe jetzt. Ich bin hier. Ich bin bereit. Kalina hier. M.D. present. Tja, M.D. 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 Sure. Das kann der Magic eigentlich noch machen. Der kann doch zumindest mal hier diesen. Diesen hier. Naja, gucken wir mal. Oh, die spielt's auch mit. Was trennt die denn da? Okay. Da ist unzählig jemand drin. Sag mal, Grizzly, kannst du jetzt eigentlich irgendwas machen? Eine lange Salve? Jawoll. Komm, eine lange Salve mal jetzt hier. Wow. Ich bin impressed. Ui. 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 Neutos hat schon bisschen was gebracht. Na, wenn der mal trifft, dann ist das nicht so schlecht. Ui. Ui. Jetzt gehen wir. Pfff, Alter. Krieg ein Vogel. Kann sich eigentlich selber verarzten mal hier. Oh Gott, wie viel Gegner sind denn das? Jetzt habe ich es erst gerade gesehen. Also. Nein! Was ist denn damit eigentlich? Achso, es geht nicht. Wir haben alle blitzschnelle Reflexe. Was ist denn mit denen los hier? Das bringt alles nichts. Bleib unten, wo du bist. Haha. Yes. Zu wenig für alles. Okay. Eis. Yo, watch my back. Auch nichts. Auch nichts. Ah, legts wieder hin. Das sind gestöhne. Das sind gestöhne. Das reicht nicht. Okay. Tja. Scheiße. Ich werde dich selbst töten. Ich werde dich selbst töten. Ich werde dich selbst töten. auch noch. Auch noch. Okay, Leute. Leute. Also. Die Situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Sieht jetzt nicht so gut aus. Erstmal auf den ersten Blick. Aber. Ich bin trotzdem optimistisch. Ich glaube, wir können es schaffen. So. Und. Leider nicht mehr für die Folge hier. Und deswegen sage ich erstmal Tschüss. Bis nächste Mal. Und. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.